Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal, wo es nach langer Zeit mal wieder um Corona geht. Und zwar um einen Prozess oder um viele Prozesse, die jetzt starten, von Menschen, die behaupten, durch die Impfung krank geworden zu sein und jetzt einen Ersatz von den Impfstoffherstellern haben wollen. Schön, dass ihr euch dafür interessiert und dass ihr wieder dabei seid. Worum geht es in dem Prozess gegen den Impfstoffhersteller Biontech? Ja, da gibt es einen Mann, einen ehemaligen Ingenieur, das heißt Ingenieur ist ja immer noch, aber einen ehemaligen Werksleiter eines Automobilzulieferers, der hat sich schön brav gegen Corona impfen lassen, hat nach der zweiten Impfung bemerkt, dass es sehr schnell bemerkt, dass es ihm nicht gut geht. In der Folge dessen hat er auf dem einen Auge seine Sehfähigkeit fast komplett verloren, ist da jetzt fast blind. Und der fordert jetzt, weil er behauptet, das kommt durch die Impfung ein Schadensersatz-Schmerzensgeld von insgesamt 150.000 Euro von Biontech. Wie will der Kläger beweisen, dass seine gesundheitlichen Beschwerden durch die Impfung ausgelöst wurden? Ja, wir sind im Augenblick in dem Prozess noch in einem ganz frühen Stadium und da geht es im Grunde darum, dass jetzt erst noch geklärt werden muss, wer eigentlich was beweisen muss. Im Zivilrecht gilt so dieser alte Grundsatz, wer was beweisen muss, der hat den Prozess schon halber verloren. Das stimmt natürlich nicht immer, aber der hat es natürlich sehr, sehr schwer. Und im Normalfall muss der Geschädigte beweisen, dass der Schädiger eben etwas gemacht hat, was zum Schaden geführt hat, dass er auch ein Verschulden dafür trägt. Im Bereich der Arzneimittelfälle gibt es Haftungserleichterungen und jetzt wird gerade geprüft und darüber gestritten, ob diese Haftungserleichterungen jetzt hier für den Kläger zum Tragen kommen. Wie haben sich die Vertreter von Biontech bislang im Prozess geäußert? Biontech hatte bisher sich in dem Prozess sehr zurückhalten können. Die Anwälte haben im Prinzip nur zwei Sachen gesagt. Zum einen, dass ihnen der Schaden, den der Kläger davongetragen hat, menschlich sehr leidtut. Das ist ja überhaupt keine Schuldanerkenntnis oder ähnliches, sondern eine Art des Mitgefühls. Und zweitens, dass sie jegliche Kausalität und jeglichen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schaden bestreiten. Welche Paragrafen bilden die rechtliche Grundlage in solchen Prozessen? Das ist eine der spannenden Fragen, in die es im Augenblick noch geht. Es gibt im Arzneimittelgesetz einen Paragraf 84, der erleichtert Klägern in der Regel eben die Möglichkeit, eine Klage gegen Arzneimittelhersteller unter Impfstoff ist, in dem Fall ein Arzneimittel zu führen, weil sie dann nicht mehr nachweisen müssen, dass ein Verschulden vom Impfstoffhersteller her liegt und weil vermutet wird, dass ein Zusammenhang zwischen der Krankheit und der Impfung besteht. Es ist aber so, dass diese Vermutung wieder widerlegt werden kann. Und die kann unter anderem dadurch widerlegt werden, wenn andere Annahmen dafür sprechen, dass es zu der Erkrankung gekommen ist. Und genau das könnte hier bei diesem Kläger der Fall sein. Der Mann hatte schon im Vorfeld vor einigen Jahren mal eine Augenmigräne, er hat einen Bluthochdruck. Und das sind alles so Preconditions, die dazu führen können, dass so eine Krankheit wie der Augeninfarkt, den er dann letztlich erlitten hat, auch auftreten können. Und jetzt sagt das Gesetz, wenn solche Sachen stark da sind, dann wird diese Vermutung, dass der Impfstoffhersteller kausal für diesen Schaden ist, die ist dann nicht mehr da. Dann müsste das der Kläger beweisen. Und da wird gerade darum noch gestritten, ob diese Vermutung zutrifft oder nicht. Und das werden wir dann mal sehen, wie sich die in den nächsten Monaten entwickelt. Mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen, wenn der Kläger vor Gericht Recht bekommt? Es gibt zwei Kanzleien in Deutschland, eine in Düsseldorf, eine in Wiesbaden, die mehrere hundert Fälle vertreten, mit Menschen, die behaupten, durch die Impfung einen Schaden davongetragen zu haben. Diese beiden Kanzleien sind, weil sie in den Medien ein bisschen präsenter gewesen waren, mit vielen Fällen bedacht worden. Das kann natürlich jeder andere Arzneimittelspezialist oder Arzthaftungsrechtler genauso gut vermutlich machen. Da gibt es keine Statistik, wie viele Fälle an welchen Gerichten liegen. Vermutlich wird es natürlich so sein, wenn das jetzt noch mehr durch die Medien geht, wenn auch mal irgendwann ein erfolgreicher Fall dabei ist, dass dann noch mehr Menschen auf den Gedanken kommen, vielleicht sollte ich diesen Weg für mich auch gehen. Das ist allerdings ziemlich klar und wichtig zu wissen, das hat der Anwalt des Klägers gestern auch gesagt, jeder Fall ist sehr, sehr, sehr speziell zu betrachten. Und es ist nicht so, dass wenn ein Kläger mal Erfolg hat, dass das dann ganz vielen anderen auch zu einem Erfolg verhelfen kann. Es kommt wirklich sehr auf den Einzelfall an. Wie stehen die Chancen auf eine erfolgreiche Klage? Ja, vor Gericht kann man natürlich immer irren, aber ich glaube, dass gerade in dem Rottweiler-Fall bei allem Leid, das der Mann erfahren hat, der Nachweis doch schon deutlich schwerer sein wird, als es vielleicht in anderen Fällen der Fall sein wird, die vor anderen Gerichten oder vielleicht auch mal in Rottweil verhandelt werden. Der Anwalt sagt, man muss ein bisschen großzügig sein, weil die Menschen, die jetzt Impfschäden haben, die sind ja praktisch damals dem Ruf der Regierung gefolgt, die gesagt haben, lasst euch impfen, lasst euch impfen, lasst euch impfen. Und die die Impffolgeschäden damals ja auch sehr klein geredet haben. Jetzt sind die Impffolgeschäden da. Jetzt wäre es eine Frage der Solidarität, eben auch mit denen, die die Impfschäden haben, etwas solidarischer zu sein. Das ist jetzt keine juristische Argumentation, aber man muss mal sehen, wie das sich in der Folge entwickelt. Vielleicht passiert ja da auch irgendetwas. Der Kläger gestern selber hat von sich, ich habe ihn mal besucht in seinem Haus und saßen im Garten zusammen, er hat von sich immer das Bild von einem Schneepflug auch gezeichnet, hat gesagt, vielleicht ist er auch jemand, der den Weg freimachen muss und den Erfolg haben dann nachher andere. Müssen wir mal gucken, was passiert. Ja, das Thema wird uns in den nächsten Wochen, Monaten, wahrscheinlich sogar auch Jahren noch weiter beschäftigen, weil eins ist ja klar und absehbar, die erste Instanz wird hier in den meisten Fällen nicht die letzte sein. Wir bleiben am Ball. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt friedlich.